Servus, grüß euch, ich bin's, der Michi Nikolas, auch ein paar Rüstermacher aus dem Chiemgau. Die letzte Sorten, die wir gestern geröstet haben, die möchte ich euch auch ganz gerne zeigen. Und zwar ist das unser Indian Cherry. Und das ist auch noch mal eine ganz schöne Sache, weil es ein schöner Robust da ist. Da sieht man es auch ganz gut, die Bohnen schaut ganz anders aus. Riecht vor allen Dingen der Rohkaffee, riecht total toll. Kommt gerne vorbei mit, ich zeige euch das natürlich auch sehr gerne. Indian Cherry aus Karnataka, also aus der Goa Richtung da unten. Goa Karnataka ist der Herr von der Herkunft her. Ist natürlich auch ein Directorate mit einer Specialty-Bewertung drinnen. Ganz eine tolle Sache. Alles 100% Robusta. Wir haben den 100% Robusta, der ist Zartbitterschokolade, der hat richtig Kraft. Und der hat auch so eine dicke, fette Creme bei einer Espresso-Maschine. Der ist total geil, also wirklich toll. Und wir haben den bei uns im Braedo Barones mitbeigemischt mit dem Arabica. Und beim Pulcri Tudu eben auch nochmal mit dem Arabica gemischt. Und als Gaudium, als 100% Robusta. Wir freuen uns auf euch. Servus! ario Karnataka Untertitelung des ZDF, 2020